Mission 2 wird zumindest insofern spannender, dass es wieder mehrere Regner gibt, auch wenn wir weiterhin nur Trojaner sehen werden. Dieses Mal ist außerdem die Siegbedingungen spürbar besser. Es ist nur erforderlich, die feindliche Leibgarde zu besiegen, die vom blauen Spieler gesteuert wird. Der schnellste Weg zu ihm führt mitten durch die Grenze zwischen Grün und Gelb, was natürlich die Gefahr birgt, beide Spieler zu provozieren. Der Hauptteil eurer Schwerindustrie wird vom Berg im Norden gespeist werden, während ihr im Süden nur etwas Gold und Stein finden werdet. Und dann gibt es da noch diesen Berg, der… Ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, was das sein soll. Da ihr es mit mehreren Gegnern zu tun habt, müsst ihr immer bereit sein, einen eigenen Angriff abzuwehren, auch sobald ihr selbst in die Offensive geht. Solange die KI nicht provoziert, ist sie aber sehr zurückhaltend. Denkt daran, dass die Trojaner einige potenziell sehr mächtige Defensivzauber haben. Ansonsten ist nur wichtig, dass ihr euer Ziel nicht aus den Augen verliert.